Cordelius ist am wichtigsten. Seid ihr dafür, dass Cordelius am wichtigsten ist? Das heißt, wir nehmen erstmal den hier, ja? Erstmal. Wir holen uns noch einen zweiten. Okay, die meisten sind dafür. Okay, holen wir uns erstmal den hier und dann holen wir uns nochmal für 5 Euro einmal. So, haben wir den einmal hier geholt. Genau. Und da haben wir jetzt noch 100 übrig. Und dann holen wir uns einmal hier 5 Euro, aber machen wir später. Und dann haben wir nochmal den zweiten. Mandy ist shit, okay. Hä? Neuer Brawler? Noch ein Brawler? Duck? Hä? Wo kommt denn der jetzt hier? Hä? Hä? Wo kommt denn der jetzt hier, Leute? WTF? Wo, 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 wo kam der jetzt hier? Clip? Hier habe ich gemacht Clip. Äh, Marvin? Du, du, du bist, wer bist du da, 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 Marvin? Marcel, lies mal, das hast du gesagt. Marcel, lies mal, das hast du gesagt. Hä? Hä? Ah, wenn du mich adden möchtest, musst du mich adden. Ich will doppeln. Ja. Ey, hast du dich adden? Ey, ich hab dich adden. Ich will doppelich jetzt. Okay. Ey, Yoma. Ah, stimmt. Guck mal hier. Du gehst nicht wieder hin. habe sehr viel spaß sehe das zum ersten mal ich bei der persilson hat nur gesehen habe was so okay oh mein gott was für ein kamer wartet ich mache dafür auch extra clip für dich lakka lakka schreibt rein komm letzte runde muss auch mal win holen hier los let's go und somit beenden wir das auch so kennst du mich doch bin von youtube in tiger es geht da egal ist schick warum kopf nicht bei youtube bist du also auf twitchy mit unterwegs ist ja schön das heißt lakka aber egal genau eiskalt box mein freund machen wir noch eine bitte karsten aber kaum eine runde eine letzte runde noch mal klipp ruhig nee